Hallo, hier ist die Linke. Wir sind am Skihang unterwegs und wir sind natürlich zum einen hier, um selber in Bewegung zu bleiben. Wir sind ja sehr bewegungsorientiert, aber natürlich sind wir heute auch hier, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen haben die meisten unserer Skifahrer so eine Tasche dabei und wir laden natürlich ein zu einem roten Heißgetränk der Wahl. Wir sind ja sehr bewegungsorientiert und wir sind ja sehr bewegungsorientiert.